Da haben wir einen Traktor in der älteren Baureihe ein bisschen. Das sind halt auch Sachen, wie es ein Service zu machen, ein Pickerl, undicht sind sie aber, wie es bei den alten Maschinen ist. Da haben wir gut zueinander die Mechaniker, die die alten Maschinen auch machen, die sich dabei auskennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017